Musik Hi Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Saskias Beautyblog. Wie im letzten Video schon angekündigt, wollte ich ja unbedingt wieder mal so einen schwangeren Lookbook für euch machen. Weil mir viele Mädels immer schreiben, auch bei Facebook, kannst du nicht mal so ein paar Outfit-Inspirationen zeigen? Ich weiß immer gar nicht, was ich anziehen soll und welche Schuhe ich dazu kombiniere. Und ja, was in der Schwangerschaft überhaupt noch geht und was nicht. Also prinzipiell würde ich einfach mal behaupten, es geht alles, ja. Man muss es nur in der passenden Größe finden. Natürlich habe auch ich manchmal meine Probleme, wenn ich vorm Schrank stehe und denke, was zur Hölle ziehe ich an? Also man muss sich schon so ein paar Sachen einfach zulegen, weil es einfach nicht mehr geht. Aber ich fühle mich trotzdem rundum wohl und ich möchte euch zeigen, dass man auch in der Schwangerschaft modisch und stylisch sein kann und trotzdem bequem angezogen sein kann und dass das alles miteinander kombinierbar ist. Und ich finde es immer schade, wenn viele Schwangerer ihre Schwangerschaft als Ausrede so ein bisschen nehmen und sagen, ach, ich finde ja jetzt keine Kleidung mehr, um mich schön anzuziehen. Das stimmt nicht, finde ich, weil man kann sich immer schön machen und es macht auch Spaß, also mir zumindest. Und ich fühle mich so auch viel, viel wohler und ich hoffe, dass ich euch so eine kleine Inspiration und Anregung geben kann für die Mädels, die auch gerade schwanger sind. Denn die Schwangerschaft ist eine schöne Zeit und warum das nicht genießen, auch mit schönen Outfits. Für welche Outfits ich mich jetzt entschieden habe, seht ihr jetzt in dem Video. Das sind natürlich alles Frühlings- und Sommerlooks und ich hoffe, es gefällt euch und ganz viel Spaß dabei. So, meine Lieben, die Zeit bis Baby Mila da ist, rückt immer näher und ich kann es kaum noch abwarten. Und dennoch genieße ich meine Schwangerschaft und freue mich, dass es so schöne Outfits momentan für Schwangere gibt. Und meine Lieblinge zeige ich euch heute in dem Lookbook. Der erste Look ist, ja, verspielt und romantisch gehalten und das Kleid ist aktuell von New Yorker in Mintfarben. Und dazu kombiniere ich auch die wunderschönen großen Ohrringe auch in Mintfarben von Felicity Design. Schöner an dem Kleid ist, dass es oben so gehäkelt ist und unten einfach so schön leicht und fluffig fällt. Und das ist ideal für heiße Sommertage, weil die Babykugel super reinpasst und ihr einfach, ja, euch wohl fühlt. Ich finde, das ist so ein angenehmer Stoff. Die Schuhe, die ich dazu kombiniere, gibt es bei Dün London und die habe ich in so einem Cremeton gewählt. Und die passen einfach zu jedem Outfit und sind super bequem im Sommer. Gerade für mich als Schwangere sehr, sehr wichtig. Das nächste Outfit ist eher so ein bisschen lässiger und cooler gehalten und ich kombiniere dazu eine große Pilotenbrille von Primark. Und ja, auch spitze Pumps von Dün London, die allerdings trotzdem sehr bequem sind und sehr stylisch aussehen, wie ich finde. Und dann dieses orangefarbene Oberteil, was es auch aktuell bei New Yorker gibt. Und auch da geht die Babykugel wunderbar rein, weil es einfach schön luftig und lang geschnitten ist. Und ja, das ist immer so das Problem. Und die Hose habe ich auch aktuell, die gibt es bei H&M in Khaki. Und ich finde, dass diese Make-upfarbenen Pumps einfach super zu diesem Look harmonieren. Das nächste Outfit ist dann so ein bisschen romantischer gehalten und auch so eines meiner Lieblings-Sommer-Outfits momentan. Das Kleid gibt es auch aktuell bei Forever 21. Zu diesem Kleid habe ich relativ dezenten Schmuck gewählt, weil ich einfach finde, dass es zu diesem Look besser harmoniert. Und hier seht ihr nochmal eine Aufnahme von dem gesamten Kleid, wie ihr sehen könnt. Da ist auch genug Platz für jede Kugel vorhanden. Und hier seht ihr nochmal eine Nahaufnahme von meinem Schmuck. Und die ganzen schönen spitzen Details, die das Kleid hat. Und selbst tanzen ist machbar. Und auch zu diesem Kleid habe ich dann wieder die schönen beigefarbenen Sandalen gewählt, weil ich finde, auch dazu passen die wunderbar. Und was ich besonders gerne mag, sind diese Riemchen um die Fessel. Ich finde, die strecken irgendwie die Beine nochmal und machen die länger. Die sind von Dune London. Und dann mein letzter Look ist so ein bisschen cooler, stylischer, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich trage da eine Brille, die gibt es aktuell bei Bijoukojit. Und diese wunderschöne, riesige Statement-Kette, die ich gar nicht mehr ausbekomme von Bershka. Und auch dieses Stretch-Kleid ist aktuell von Bershka und ich mag das so gerne, weil das sich ins Unendliche dehnt und trotzdem irgendwie stylisch aussieht und man wenigstens noch eine Figur hat in diesem Kleid als Schwangere. Und auch wieder die Dune London Pumps trage ich dazu. So ihr Lieben, das waren jetzt meine vier Outfit-Varianten für Schwangere. Ich hoffe, das hat euch gefallen und vielleicht war eine Inspiration und Anregung für euch dabei. Schreibt mir doch unbedingt in die Kommentare, was euer liebstes Outfit war. Und wenn ihr schwanger seid, dann schreibt mir mal rein, in welcher Schwangerschaftswoche ihr euch befindet. Ich hoffe, dass wir uns auch beim nächsten Video wiedersehen und bis dahin, passt auf euch auf und bis ganz bald. Tschüss!